Hallo an alle, willkommen in meinem Kanal HeuteKam. Ich zu Ihnen mit dem Rezept der funkelnden Pogasa. Ich werde mein Rezept sofort vorbereiten, indem Sie bitten, mein Video bis zum Ende zu sehen. Nehmen wir ein halbes Glas warmes Wasser und ein Glas warme Milch in einem geeigneten Knetbehälter. Fügen wir zwei Esslöffel Zucker auf eins. Packung wird Trockenhefe verwenden. Wenn Sie Halbpakete des Alters verwenden möchten, mischen Sie Zucker und Hefe eine. Schöne ist einer von allen Tricks. Mischen wir mit Malebi-Flüssigmischungen. Auf jeder Seite des Deiks zu verteilen. I hat später ein Teelöffel Salz zugegeben. Und ich habe 5,5 Tassen Mehl. Ich füge an erster Stelle die Hälfte hinzu. I wird weiter geknetet, indem kontrolliert addiert wird. Ich habe 5,5 Wasserbecher Mehl verwendet. Unim kann je nach Qualität und Marke variieren. Es gibt einen Vorteil, der durch die Hinzufügung von kontrolliert. Wenn Sie noch nicht an meinen Kanal abonniert sind. Sie können mich als Abonnent an meinen Kanal unterstützen. Und meine Videos von Ende an an sehen. Für schöne Rezepte von einem. Bitte vergessen Sie nicht, den Rington offen zu lassen. Ich bin so weiter geknetet, bis ich im Knetbehälter gegeben wurde. Und so viel du jetzt sehen kannst, reicht es. Im geht auf den Knetvorgang, bis es schön identisch ist. Wie schön wir unseren Teig kneten. Ich knete jetzt genug vom Teig. I falten es rechts nach innen. Ich habe einen schönen Ball gemacht. Lassen Sie uns in der Nähe einer Stretchfolie aufhehmen. Sie können eine saubere Tasche oder Stoff verwenden, wenn Sie schwanger sind. Erwarten wir 40 Minuten Hefe. Die Dauer von Miami kann variieren. Mein Rückstand wird gehetzt. Ich öffne aufhehmen. Fangen wir an, an erster Stelle die Luft des Teigs zu nehmen. Es ist sehr schön gehetzt, wie Sie sehen. Beginnen wir mit der Luft des. Ich bekomme nicht sofort die Stücke, nachdem ich die Teigluft bekommen habe. Und ich bekomme Teile mit einer kleinen dann geringen Rösse. Ich mache es glatt, indem ich mit den Händen rolle. I platzieren geöltes Papier gesäuert im Ofenboden. Sie können den Ofenboden verwenden, in dem sie sind. Sie können auch die Größe der Kugeln auf die gewünschte Größe einstellen. I hat nichts drinnen verwendet. Sie können Käse, Oliven etc. verwenden. Wenn sie schwanger sind. Ich empfehle ihnen, es auf einfache Weise zu tun. Es war sehr nett von der Realität. I kümmern sich um die Vorbereitung aller Pocks gleichmäßig. Ich habe jetzt fast alle meine Gedichte vorbereitet. Ich habe alles vorbereitet, wie Sie sehen. Ich schließe die Batterie mit einem sauberen Tuch. Ich warte 25 Minuten auf Hefe im Tablett. Ich höre jetzt meine Bienen. Wie Sie sehen können, bin ich sehr schön rau. Ich bin fast eine Art Eigelb, die wir getrennt haben. Sie können dieses Rezept mit Ruhe des Geistes in Ihren 5 Tees versuchen, wenn Sie Frühstück wollen. Ich empfehle den Versuch Mutlaka. Ich kümmern nur Sesam zum Körper. Wenn Sie scharf sind, können Sie auch die Mohnsamen bestreuen. Alles wird sehr schön sein. Ich füge das Sesam wieder nach dem Sprinkler hinzu. Nach dem Bestreuen des Sesams, ich koche es bis zu 200 Grad Ofen im Voraus erhitzt. Ich habe etwa 35 Minuten gekocht. Lassen Sie die Öfen für den Wechsel gesteuert werden. Ich gebe meinen Ofen. Ich aus dem Ofen entfernt. Es war eine unglaublich schöne Pogade. Lassen Sie uns die Kühlen von Mutlaka Porots füttern. Wie Sie sehen können, war es eine mehrdeutige Pochit, die die Form wieder nimmt, wenn ich sie drücken. Ich empfehle den Versuch Mutlaka. Ich will dir die innere Textur zeigen. To haben keine Fragezeichen auf ihrem Gerät. Sie erhalten eine Chance für jeden, der Ihnen sagen wird. Genießen Sie Ihre Sprache mit Ihrem nächsten Video.